Hallo liebe Leute, hier bin ich, euer Thomas Minder. Alles klar, wir können hier haben mir die Vision Air von Parkinson, Night Vision Air, Indoor beleuchtet. Wir machen jetzt ein Unboxing Video. Viel Spaß Leute. So sieht sie mal ausgepackt aus. Wunderbar, wir schneiden jetzt hier mal alles auf und nehmen alles raus. So, wir schneiden jetzt hier mal alles weg, die ganzen Quatsch hier was wir noch brauchen. So, und jetzt gehen wir uns auspacken. Viel Spaß. Also als erstes nehmen wir hier mal diese zwei Kammstangen weg. Die eine ist für das Höhenruder, das andere ist für den Hauptflügel. Die können wir einfach mal rausnehmen, nehmen anlegen. Dann gehen wir hier weiter zum ersten Flügel. Wunderbar gemacht, super schön. Auch vorne alles spitzenmäßig gemacht, tipptopp. Wie immer bei Papstern. Zweiter Flügel haben wir hier. Auch rausnehmen. Wunderbare Sache hier. Da die ganzen schönen Dingerigen nehmen. Jetzt ziehen wir hier schon mal den Rumpf, den nehmen wir nachher raus. Hier haben wir noch die Seilflügel, die sind sozusagen für den Hauptflügel. Die können wir auch rausnehmen. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt nehmen wir hier noch die Höhenruder raus, bald zusammen. Wunderbare Sache. Legen wir auch hier hin. Dann haben wir hier noch das Fahrwerk. Wirklich ganz einfach, simpel, aber hält super. Dann hier haben wir noch die ganzen Kleinteile. Die nehmen wir auch noch raus. Also allzu lange wird es nicht gehen. Und jetzt hier haben wir natürlich noch den superschönen Hauptrumpf. Den nehmen wir jetzt auch raus. Und dann gehen wir ab zum Aufbau. Und ich, Thomas Minder, wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum Nachflug. Dankeschön. Ciao. Ciao.